Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es den nächsten Season 2 Teaser, da nämlich gestern neben dem normalen 16 Uhr Teaser auch noch insgesamt 3 weitere, bzw. 2 weitere sind gestern noch rausgekommen und heute Morgen ist da noch einer rausgekommen, zusätzlich ist Ingame noch ein Teaser und eben halt heute um 14 Uhr ist noch ein weiterer Teaser gekommen. Auf jeden Fall eine Menge Informationen, die ich euch zu liefern habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dranbleibt, ich werde euch in diesem Video alle Informationen dazu liefern und ihr könnt natürlich gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Videos sehen wollt, würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sagen, wir beginnen hier mit dem ersten Teaser. Der ist gestern um 18 Uhr rausgekommen, der erste war ja gestern schon um 16 Uhr da und hier haben wir deutlich mehr als im ersten Teaser, der erste Teaser war ja relativ unspektakulär, da war im Prinzip nur das Symbol oben links in der Ecke einmal zu sehen. Und jetzt haben wir hier nochmal so etwas verpixeltes, dahinter verbirgt sich ein Skin und dann hatten wir hier eben halt so verschiedene Modelle, die man, wenn man sie sehr gut zusammengelegt hat, zusammengepuzzelt hat, tatsächlich hier rein platzieren konnte. Und dann hat man im Prinzip eine Maske erhalten, zusätzlich, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber gerade hier rechts sieht man auf jeden Fall noch etwas im Hintergrund. Ich würde mal sagen, das zeige ich euch jetzt und das hat nämlich jemand einfach noch etwas Helligkeit draufgepackt, damit man es besser erkennen kann. Hier hinten sehen wir einmal so Leuchtstreifen, hier ist irgendwie ein Ausgang und dann sieht das hier so ein bisschen aus wie die große Bunkertür. Ich denke mal auch, dass das generell irgendwo im Bunker sein wird, sagt zwar nicht allzu viel aus, allerdings glaube ich, können wir damit rechnen, dass man in den Bunker reingehen können wird in der nächsten Season. Dann kommen wir zum nächsten Teaser, der ist, glaube ich, um 22 Uhr gekommen, irgendwas so in dem Dreh und zwar ist das der Teaser hier. Hier sehen wir schon etwas, ja nicht mehr ganz so stark verpixelt und hier unten auch 65%, weil es ja im Prinzip, die Storyline der Teaser hier ist im Prinzip, dass die irgendeine Nachricht abgefangen haben. Und jetzt wird es eben halt so langsam entschlüsselt und hier sehen wir schon deutlich mehr. Zum einen wurde der Skin etwas weiter enthüllt und hier steht dann eben halt in verschiedenen Sprachen einfach handlanger und das ist irgendjemand, glaube ich, vom EGO-Team, weil hier auch dieses EGO-Symbol ist. Ähm, und im Hintergrund ist, glaube ich, auch noch irgendwo dieses Alterzeichen, also von den Bösen sozusagen, die wahrscheinlich eher etwas mit dem Oro-Skin zu tun haben. Und wenn man jetzt bei diesem Bild mal etwas die Helligkeit hochstellt, dann sehen wir irgendetwas, sehen wir hier oben eben halt so einen Kreis im Prinzip, unten sehen wir hier irgendeine Tür und da rechts oben sehen wir auch irgendeine Tür. Und das kann auch mit etwas zusammenhängen, was ich euch gleich noch zeigen werde. Auf jeden Fall sieht das hier ziemlich steil im Hintergrund aus, ähm, ist ja allerdings trotzdem ziemlich schwierig zu erkennen. Ich glaube, es wird sich aber auf jeden Fall um eine neue Stelle handeln. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Originalversion zurück. Und dann hier, äh, warte, hier kann man auch noch in diesen ganzen kleinen Bildchen etwas erkennen. Hier haben wir zum Beispiel einmal, in denen, ähm, ja zwei Spieler irgendwie, die im Sturm sind, glaube ich, hat nichts wirklich zu bedeuten. Allerdings, wenn wir hier links mal hinschauen, dann sehen wir da ein Schiff. Und das könnte natürlich irgendein, ähm, ja irgendwo bei Sweaty Sands so in der Richtung sein, dass das einfach eine neue POI ist. Und, ähm, ähm, ja, ansonsten steht hier eigentlich nichts drauf. Dann kommen wir zum nächsten Teaser. Diesmal war es ein Teaser, den wir tatsächlich ingame hatten. Und zwar ist das dieser Teaser hier. Hatte ich auch heute Morgen schon gezeigt. Und hier sehen wir die fertige Version von diesem Handlanger-Skin. Kann man eigentlich nicht wirklich viel erkennen, außer eben halt, ähm, Top Secret hier. Mehr aber auch nicht. Im Prinzip nur die Maske, die fertiggestellt dann einmal da drauf ist. Das ist sozusagen die fertige Übertragung. Dann haben wir als nächstes nochmal dieses Bild. Das ist im Prinzip, glaube ich, um zwei Uhr gekommen. Also das In-Gay-Bild kam ja um ein Uhr wegen Shop-Erneuerung und so. Das kam eben halt dann auf Twitter, glaube ich, um zwei Uhr. Hier sieht man schon wieder deutlich, deutlich mehr. Zum einen haben wir hier eben halt wieder diesen fertigen Skin. Dann haben wir zusätzlich einmal da unten die Prozentanzeige, die bei 98% steht. Und dann habe ich hier solche drei Goldzeichen, die auch bei allen anderen waren. Und ein Goldzeichen geht dann eben halt hier auf den Skin. Das heißt, das könnte vielleicht einer von drei sein, was das zu bedeuten hat. Schwierig zu sagen. Allerdings haben wir eben halt hier auch dann noch ein paar interessantere Sachen. Und zwar haben wir wieder ein paar Bilder. Hier einmal wieder die zwei Spieler hier. Und dann haben sich manche auch gedacht, dass das hier eine Pyramide wäre. Allerdings auf dem hier kann man das eigentlich ganz gut erkennen, dass das definitiv keine Pyramide ist. Das ist zwar etwas vom Menschen gebautes. Aber eine Pyramide müsste eben halt einfach gerade nach oben gehen. Deshalb sehr, sehr schwierig zu erkennen, was das sein könnte. Lässt sich so eigentlich nicht herausfinden. Dann haben wir hier einen Serverraum. Könnte irgendwo in der Richtung sein, da in dem Bunker. Das wäre zumindest das Logischste. Hier sieht es fast so ein bisschen aus wie ein Mond irgendwie. Ist aber extrem schwierig wirklich zu sehen. Wird wahrscheinlich aber auch irgendetwas mit dem Bunker zu tun haben. Dann haben wir hier wieder das EGO-Zeichen. Und dann haben wir hier oben ein Stück einer Karte. Und das passt an einer Position der Karte extrem gut. Und zwar südlich von Dirty Dogs. Hier hat das eben halt jemand einfach rübergelegt. Und man sieht, das hier passt eben halt wirklich perfekt drauf. Hier auch am Berg passt das ziemlich gut. Es passt nicht an jeder Stelle, aber eben halt wirklich an einigen passt es wirklich sehr, sehr gut. Deshalb denke ich mal schon, dass es echt gut sein könnte, dass das hierhin kommt. Muss natürlich ordentlich etwas rumgebaut werden und so. Und dann haben wir hier, ja da unten ist irgendwie ein Eingang, womit man da reinkommt dann. Und dann wird das wahrscheinlich hier so ein Stützpunkt nochmal neben dem Bunker, der ja etwas weiter südlich hier ist, sein. Als nächstes haben wir dann noch den heutigen Teaser, der vor drei Stunden rausgekommen ist. Und zwar sieht der ganze Teaser einmal so aus in der helleren Variante und dann so in der normalen. Wir werden uns erst mal die normale Variante anschauen. Hier sehen wir das ganz klassische Dynamit. Das heißt, wir können damit rechnen, dass wir das Dynamit wieder zurückbekommen. Und ja, eigentlich viel mehr ist hier auf dem ersten Blick nicht zu erkennen. Und auf den Teasern gestern hatte ich natürlich auch noch den Text vergessen. Denn dort stand natürlich auch etwas dabei. Und zwar, das ist eben halt der Teaser von gestern. Dann Transmission Intercepted, dann sozusagen die Daten der neuen Season und dann Origin gleich gleich AU. Origin heißt Ursprung und AU ist das Symbol von Gold. Das heißt, der Ursprung ist einfach Gold. Hat glaube ich keine allzu große Aussage. Und dann habe ich hier eben halt noch vor drei Stunden das Bild von heute. Hier immer, ja, hier ist eigentlich noch nicht wirklich viel im Text zu erkennen. Müssen wir abwarten auf den nächsten Teaser. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zur helleren Variante. Die ist sehr, sehr interessant. Hier haben wir, können wir etwas erkennen im Hintergrund. Und zwar ist, sieht das ein bisschen aus wie eine Ölplattform. Und die Ölplattform, oder zum Vergleich mal mit einer Ölplattform. Unten haben wir eine Ölplattform. Und das hier oben sieht eben halt doch schon sehr, sehr ähnlich aus. Deshalb kann man wirklich davon ausgehen, dass das eben halt die Ölplattform final anteasert. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Theorie. Einfach so zum Nachdenken einmal. Und zwar hatten wir ja am Anfang der Season die drei Bunker. Einmal unten mal Retire Row, Sloppy Swamp und oben. Und das zeigt eben halt als Mittelpunkt die Oak Island. Das heißt, man konnte im Prinzip am Anfang der Season schon mit den ganzen Bunkern etwas herausfinden. Das heißt, man wusste eigentlich, oder man hätte wissen können, dass er etwas mit den Bunkern zu tun hat. Und mit der, ähm, mit der Mittelinsel. Die Bunker haben im Prinzip nur den Standort der Mittelinsel angeteasert. Und die Bunker haben dann eben halt die Story mit dem richtigen Bunker angekündigt. Soweit auf jeden Fall dazu. Dann, ähm, kommen wir nochmal zu einer nächsten Sache. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal, ähm, das, den Teaser von heute Morgen genau analysieren. Dann sehen wir eben halt neben den, neben den Linien oben nochmal, wenn wir es heller stellen. Hinten ein Gebäude. Hier links sieht man die Schirme neben Salt Springs. Da an der Stelle ist Salt Springs. Ich hoffe, man kann meine Mauszeige sehen. Ich glaube, es war schon. Dann sehen wir hier einmal die zwei Bäume. Hier müsste das Wasser sein. Und hier unten müsste die Insel sein. Das heißt, eventuell ist das dahinter noch das Wasser. Je nachdem, wie grafisch korrekt das hier aufgezeichnet wurde, ist es wahrscheinlich einfach auf der Mittelinsel. Das Lager, denke ich mal, entweder von einem guten, hier könnte, warte, hier könnte nämlich an der Stelle das, ähm, das IGO-Zeichen sein. Das ist so etwas rund, kann man schwierig erkennen, aber würde schon ganz gut zusammenpassen. Und dann ist hier wahrscheinlich einfach die Basis von dem IGO-Team. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn noch weitere Informationen kommen, dann werde ich euch natürlich direkt darüber informieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.